Für alle, die noch ein Geschenk suchen für ein Erstkommunionkind, habe ich ein paar ganz besondere Tipps vorbereitet aus der Buchhandlung Lesetraum. Mein erster Tipp sehen Sie hier, das ist eine kleine, hübsch gestaltete Geschenkbox. Die kann man aufziehen. Es gibt einmal ein goldenes Holzkreuz. Wie ein kleiner Handschmeichler ist es gestaltet. Und daneben hat man ein kleines Büchlein mit Segenswünschen und Gebeten aus der ganzen Welt. Ich lese Ihnen einfach mal eins vor. Eins meiner Lieblinge, da steht dann zum Beispiel, Gott segne dich, er erfülle deine Füße mit Tanz, dein Herz mit Zärtlichkeit, deine Augen mit Lachen, deine Ohren mit Musik, deine Seele mit Frieden. Das ist zum Beispiel ein afrikanischer Segenswunsch. Ein wunderschönes Geschenk zur Erstkommunion.